Wir zeigen heute das Ergebnis unseres Austausches MoveOn Demokratische Chancen in Europa mit den Teilnehmerländern, ich hoffe, ich kriege sie alle zusammen, Schottland, Kroatien, Lettland, Spanien, Portugal und Deutschland. Sehr willkommen zu Jukotuarwalt, unser Theaterplatz. Tonight, wir sehen unsere finalen Spiele, über unseren Workshop, über unsere Gespräche, über unsere Gespräche, über die Demokratische Chancen in Europa mit den Ländern, Landia, Kroatien, Spanien, Portugal und Deutschland. Es hat sich so herauskristallisiert, dass wir im gesamten Austausch irgendwann drei Gruppen gebildet haben. Diese drei Gruppen haben voneinander unterschiedliche Theatergruppe entwickelt, die ihr gleich alle sehen. inzwischen machen wir keinen großen Umbau, also ihr könnt einfach alle sitzen bleiben, und dann bauen wir die Läufe hier hoffentlich ganz gut. So, 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 we will, at one point in the process, we decided to split into three groups, so every group has like 20 minutes, more or less, and just stay in the hall, and we hope that they all just switch the scenes really quick. Viel Spaß. Will it be people good? Yes. Yep. Dad? 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 Vielen Dank. 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 I'm free. 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 Stop. I'm free. 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 I'm free.